Bitte, Isabel! Mach die Tür auf! Hey, geht das Ganze auch ein bisschen leiser? Isabel, bitte! Mach die Tür auf! Du hast die Irse nicht gefragt, ob sie mitkommen möchte. Hm. Du hättest mich doch sofort verraten. Hau ab! Der Dreizehnte. Das ist doch diese Semar Celik, die türkischen Schwestern. Na, der werde ich was erzählen. Ah, Herr Markusen. Guck nicht, dass ich Sie hier treffe. Mir ist eben gerade etwas Blödes passiert. Morgen, junge Frau. Gut, dass ich Sie treffe. Sie sind nämlich mit dem Treppenhaus und der Einfachdrang. Aber das scheint Sie ja nicht zu kümmern. Seit Ihre Schwester hier wohnt, ist... Herr Markusen, ich weiß, ich wollte das heute Abend machen. Wirklich. Aber gerade habe ich so viel um die Ohren. Und dann habe ich eine Prüfung in der Schule und jetzt habe ich mich auch noch ausgesperrt. Herr Markusen, ich weiß nicht, machen soll... Tür zu und Schlüssel drin? Ja. Na, das kann ja nur heute passieren. Wieso? Heute ist doch Freitag der Dreizehnte. Äh, nee, heute ist Donnerstag. Hm? Komisch. Ich hätte geschworen, dass heute Freitag der Dreizehnte ist. Ähm, ich muss jetzt los. Herr Markusen, helfen Sie mir. Bitte. Wenn Sie mich so nett fragen, kann ich ja nicht Nein sagen. Danke, Herr Markusen, ich muss jetzt los. Ich bin um sieben Uhr wieder zurück. Willi. Noche. Untertitelung des ZDF, 2020